hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ich hoffe dass euch allen gut geht ich drehe den anfang jetzt bewusst hier in der wohnung weil das video schon fertig ist und ich den anfang und das ende noch nicht gedreht habe deswegen mache ich das jetzt auf jeden fall gibt es heute eine live sephora challenge ich habe sowas noch nie gemacht es hat unfassbar viel spaß gemacht deswegen müsst ihr unbedingt bis zum ende dranbleiben ist echt richtig nice geworden falls ich das make up dann zusammen mit euch irgendwie testen soll ausprobieren sollen das ganze zu einem style and talk oder vielleicht ein q&a noch mal live update verbinden soll schreibt es auf jeden fall in die kommentare ich wünsche euch ganz viel spaß beim video so ich habe jetzt zu tun wir werden jetzt immer einmal hier drehen und einmal hier drehen dann sagen wir fangen jetzt mal mit make up an das heißt ich gehe jetzt mal drauf und jetzt drehe ich einfach mal oh mein gott let's go oh mein gott ich habe Primer okay du musst jetzt Primer machen und jetzt geht es zur aufgabe oh mein gott es gibt jede aufgabe nur einmal wir löschen direkt danach suche ein produkt in 15 sekunden ich mache gleich ein timer an und du musst dann das produkt in 15 sekunden suchen okay sara es geht los du hast jetzt 15 sekunden zeit chanel oh mein gott die chanel auerglas oh mein gott 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 du hast noch okay dann holen wir gerade eine mitarbeiterin die gibt uns das produkt und sara hat diesen primer hier von hourglas ich kenne die marke tatsächlich gar nicht deswegen bin ich echt richtig gespannt aber das ist voll viel sprechend aus ja das ist dein erster primer und das in 15 sekunden das ist einfach teurer wie chanel ich habe gesagt chanel ist zu teuer ich habe ja den prima ausgesucht aber den gab es da nicht mehr jetzt muss ich den hier nehmen ist glaube ich der gleich kostet auch gleich viel auf jeden fall kommt der jetzt in den warenkorps das erste produkt habe ich jetzt schon jetzt würde ich direkt sagen kommen wir zum zweiten ich bin mir gespannt was ich jetzt drehen werde zuerst die kategorie hoffentlich nicht noch mal primer konziner oh mein gott oh mein gott ihr müsst wissen ich habe letztens einfach einen concealer verloren 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 ich hoffe ich kriege jetzt wieder zurück indem ich halt jetzt einen neuen kaufen konziner und aufgabe jetzt bin ich gespannt oh mein gott oh mein gott und ein oft gekauftes produkt ich weiß dir ich weiß direkt denkst du das aufgekauft wir müssen mal die verkäuferin fragen gehen vielleicht ist es ja wenn nicht dann was anderes den von parken aber ich weiß nicht aber nicht den krimi oder welcher ist das doch das doch ölige haut oder der ist ich habe jetzt einen tarte konziner genommen ich kann euch zum spät die farbe zeigen das ist halt wirklich der meistgekaufteste konziner ich habe sogar dass es nass wird aber hallo hallo so wir sind zwar im dritten produkt ich bin echt gespannt was in der ecke gegangen was bisschen ruhiger ist ich würde sagen ich drehe jetzt mal die karte so und puder krass das ding ist ich brauchte nämlich wirklich nur ein puder holst du loose powder oder gepresstes und du musst am eingang starten ins fünfte regal in der dritten reihe das vierzehnte produkt holen das ist eine richtige challenge oh mein gott warte hoffentlich wird es auch ein puder sein weil oh mein gott ich glaube ich muss ein puder nehmen weil die kategorie puder war genau aber in dem regal halt das puder was dann genau okay oh mein gott so wir fahren jetzt wieder zum eingang zurück weil wir ganz oben waren weil ich ja ganz vorne starten muss okay ich bestand es einfach mal hier also hier ist der eingang gestattet eins zwei drei vier fünf okay das heißt dein puder muss von huda beauty sein ich habe jetzt hier dieses luft powder von huda beauty ich wollte eigentlich nicht gepresst aber die haben leider keines also generell huda beauty hat keines deswegen habe ich mir jetzt das in dieser farbe mitgenommen das ist so gut ja julien hat das nämlich schon deswegen so jetzt sind wir beim nächsten produkt wieder aufgabe gehen ab dem etat so gut für die weihnachtsstimmung aber foundation ist ja richtig schwer gibt es irgendwie eine foundation die dich an den winter erinnert die du vielleicht damals schon benutzt hast dann kannst du sowas raussuchen oder eine mit einem roten design weihnachtens und ich habe die letzten winter sogar immer benutzt die wäsche war echt sein dass ich die auch benutzt habe deswegen also die werden wir noch weiter und ich bin jetzt gerade bei dior die haben auch so einen kein glitzerdeckel aber die haben halt so einen silberner deckel genau der schimmer hat so ein bisschen zu den glasdeckel und das erinnert mich halt immer so an weihnachten weil ich mir halt so selber produkte immer schenke für mich halt jetzt deswegen und dior hatte ich halt auch noch nie ausprobiert und ich will halt unbedingt auch neue produkte testen deswegen wenn ich schon mal die qualen der wahl habe wenn ich auf jeden fall die er sozusagen beschenkt sie sich selber mit einer dior foundation macht man auch nicht immer so eine die europäische deswegen ein bisschen hellere foundation und begleicht das eh aus mit contouring und rosa und so ne genau dafür gleich eine kleine stufe heller nehmen oder genau weil nachher ich probiere die gerade das ding ist ich glaube an sich ist die auch relativ gut ne ja die farbe sieht voll schön aus aber ich habe angst dass ich wenn ich heller werde dass ich dann einfach zu dunkel wird weil meine bräune geht halt relativ schnell weg das problem aber sonst also die konsistenz echt bombe die sieht so schön aus die sieht so leicht aus aber trotzdem so ich weiß nicht ich glaube ich hole mir die auch noch im winter ich werde mir die definitiv auch noch kaufen kauf ein produkt was auf 95 cent ende das wird einfach weil fast jedes produkt endet auf 95 cent du kannst dir aussuchen was du willst hauptsache es endet auf 7 euro 95 sara ist direkt zu charlotte tilbury gerannt sie wird schon so lange ein lippenprodukt noch mal von denen haben jetzt haben wir gerade nachgeguckt und die enden wirklich 95 cent das heißt sara kann sich jetzt irgendein lippenprodukt aussuchen von charlotte tilbury und sarah liebt charlotte tilbury lippenprodukte ich bin gespannt wofür sie sich entscheidet mein lippenprodukt wird jetzt der hier sein ist ein lipliner von charlotte tilbury ich wollte zuerst ein lippenschiff haben aber ich dachte mir so komm ich liebe die lipliner von denen so deswegen nehme ich mir jetzt eine farbe mit die hatte ich schon mal aber ich habe die verloren irgendwo deswegen hole ich mir genau die hier jetzt noch mal ich habe hier gerade das puder gefunden dass ich habe nur in kleinen und da ich schon so lange kein loses powder mehr hatte werde ich es austauschen also ist die gleiche farbe und alles nur den kleinen aber es bleibt deswegen werde ich jetzt ja wie gesagt das kleine nehmen und bronzer und jetzt die aufgabe oh mein gott ich bin jetzt gespannt ist nicht mehr viele aufgaben da hast du noch acht stück da und ein wunderschönes produkt also ein bronzer mit einer schönen verpackung echt welcher erzähl es uns der große von charlotte tilbury der ist so gut und den hol ich mir direkt zu charlotte löschen let's go heute gibt euch mal wie nice dieser bronzer aussieht ich wollte den damals schon holen aber jetzt muss ich habe mich jetzt hier für diesen bronzer entschieden ich wollte mir den damals wie gesagt schon mal holen deswegen hat es ganz gut gepasst den nämlich jetzt auf jeden fall mit die farbe 10 genommen genau da kommt jetzt auch auf jeden fall in mein wagenkorb das wird schwierig aber wir schauen mal das ging jetzt relativ schnell ich habe mir den von benefit geholt weil meinte dass er richtig gut sein soll 1 2 3 4 5 6 7 ja die passen also 7 buchstaben und ein nice highlighter aber wir haben uns jetzt gerade kurz hingesetzt mit dem sephora wir sind beide komplett fertig wie lange sind wir jetzt hier ich glaube ich da reingelegt aber wir wissen beide komplett fertig sind locker seit zwei stunden hier wenn ich sogar länger zwei drei stunden ich weiß es nicht auf jeden fall wissen komplett fertig damit wir haben so eine aufgabe also das flash flash genau und das ist das highlight also ich liebe brashen liebt auch bleiben deswegen durchsagen stopp schreibt mal jetzt in die kommentare was schätze wie viel bezahlen werden wir haben nur teure marken video fenty beauty haben nur teure also jedes produkt kostet so 30 40 euro ich will gar nicht wissen ich würde bezahlen wir werden hatte so viel geld hier rausschmeißen aber so wie gesagt es bleibt jetzt immer der blush übrig deswegen haben jetzt noch zwei aufgaben eine für studie und eine für mich oh mein gott bin so gespannt oh mein gott günstigste oder mitarbeiter oh mein gott kauf mir das günstigste produkt im laden das glück gehabt eigentlich weil dann hat das heißt du gibst dich so viel geld aus erstens das ich hätte gehofft dass ich da mittlerweile gesagt hätte dass das dior blush ich wollte den unbedingt haben aber das ist halt der günstigste ich freue mich trotzdem weil ich habe schon genug geld ausgeben wenn du den so ein arbeitest ja die farbe ist aber gibt es andere farben ja der dior blush von der farbe her dieser ganz pinke aber ich komme halt mit cream also wenn du den so jetzt eh für sie aber ich sehe sie ist nicht begeistert aber jetzt musst du mir das der günstigste kommen das wird schon obwohl man hat ja schlecht also ja okay an sich nicht ich dachte das passt perfekt mir passt nicht aber ich gebe einfach so direkt so das war es jetzt auch mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls euch gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben hier schreibt mir eure kritikpunkte in die kommentare was ihr noch sehen wollt was ich vielleicht verbessern kann dann wünsche ich euch noch einen ganz ganz schönen tag abend und bis zum nächsten mal